Der Prozess der Vereinigung ist natürlich in Fernsehbildern ganz präsent, wenn man selber noch Schüler ist und dann diese unglaublichen Umbrüche erlebt. In der Folgezeit danach habe ich viele Besuche in den neuen Bundesländern gehabt, gerade auch im Rahmen meiner Jugendarbeit viel Aufbau, Hilfe und wechselseitigen Austausch mitgestaltet. Das war eine unglaublich faszinierende und spannende Zeit.